Wir befinden uns hier in der Junkerstraße an der Firma Bosch Thermotechnik und hier ist es heute Abend oder heute Morgen zu einem Brand gekommen. Wir wurden alarmiert, circa um 0.45 Uhr von einer automatischen Brandmeldeanlage. Beim Einfahren haben wir schon praktisch die Rauchsäule wahrgenommen und haben sofort praktisch über die Leitstelle die Nachforderung der Feuerwehr Werner ausgesprochen, plus der Drehleiter aus Blochingen und sind dann mit einem Fahrzeug von der Werkfeuerwehr mal vor Ort gefahren und haben uns den ersten Eindruck gemacht und die ersten Maßnahmen ergriffen. Die Lagerhalle, die komplett abgebrannt ist, das ist eine reine Lagerhalle, wo eigentlich nur Verpackungsstoffe lagern, die ist im Vollbrand. Ein bisschen Probleme haben wir mit der Wasserversorgung gehabt. Ihr seht es ja selber, wir haben die Wasserkomponente nachgefordert von Stuttgart sogar, die dann aus dem Neckar, also hier schlichtweg drei Kilometer von hier entfernt eine Wasserleitung aufgebaut hat und dass wir unsere Fahrzeuge speisen können. Die Polizei hat das MOVAS ausgelöst, das heißt, die Bevölkerung ist alarmiert worden oder gewarnt worden, dass das Rauch auf sie zukommen könnte, dass sie Fenster und Türen geschlossen halten sollen. Wir haben leider, leider dann aufgrund der Wassermangel, haben wir einen Übertritt gehabt auf ein Dachgeschoss, auf einer weiteren Halle. Die haben wir jetzt aber im Griff, wir haben das Feuer soweit unter Kontrolle. Die Riegelstellung zu den anderen Gebäuden hat wunderbar funktioniert. Die konnten wir alle halten, ohne einen Teilbrand zu erhalten. Wir sind jetzt im Moment mit 13 Feuerwehren plus die Werkfeuerwehr, also insgesamt mit 14 Feuerwehren aus dem Landkreis und dem Landkreis Stuttgart und haben ungefähr so 120 bis 150 Einsatzkräfte hier an der Einsatzstelle. Das ist natürlich auf jeden Fall der Supergau. So einen Brand hatten wir hier im Werk noch nie und ich bin seit über 36 Jahren jetzt hier an diesem Werk. Das ist jetzt natürlich wirklich der Supergau. Und Einsätze haben wir brandmäßig in den letzten drei Jahren gar keinen gehabt. Wir sind hier mit einem Notarzt und zwei Rettungswagen vor Ort. Zudem wurde die örtliche Bereitschaft alarmiert, die hier ebenfalls mit zehn Einsatzkräften vor Ort ist. Und unsere Aufgabe ist und war es jetzt, die Sicherstellung der eingesetzten Feuerwehrkräfte zu gewährleisten. Bislang hatten wir Gott sei Dank nur einen leicht verletzten Feuerwehrkameraden zu versorgen, der aber weiterhin im Einsatz geblieben ist. Und aktuell sorgen sich die Kräfte hier jetzt um Warmgetränke und Kalspeisen für die Einsatzkräfte. Also diese wirklichen Großbrände sind Gott sei Dank sehr selten. Die gute Erkenntnis ist tatsächlich die Zusammenarbeit der Kräfte hier vor Ort. Auch mit der Feuerwehr hat hervorragend funktioniert. Und von daher sind wir ganz froh, dass wir hier keine Verletzten zu beklagen haben. Polizeiliche Maßnahmen von uns waren die Absperrung der Einsatzstelle, das Sichern der Tätigkeit der Feuerwehr, sowie die Verlegearbeiten der Schläuche auf der Kirchheimer Straße und die Absperrung, dass dort der Verkehr nicht beeinträchtigt wird. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zur Brandursache kann man zum derzeitigen Zeitpunkt noch nichts sagen. Da müssen wir warten, bis die Nachlöscharbeiten abgeschlossen sind. Und dann kann die Kriminalpolizei weiter ermitteln. Das ist einer der größten Brände, an die ich mich erinnern kann. Ich habe zwei vergleichbare Brände noch in Erinnerung, aber das ist wirklich einer der größten. Zum Sachschaden kann ich Ihnen im Augenblick noch nichts sagen, weil wir noch nicht wissen, was in den Lagerräumen drin war. Da muss die Firmenleitung dazu Auskunft geben. Also wir haben um circa dreiviertel eins eine Alarmierung bekommen, dass ein Großbrand auf dem Gelände der Firma Bosch Thermotechnik hier unserem größten Arbeitgeber verzeichnet wurde. Und da sind natürlich gleich sämtliche Alarmglocken losgegangen. Wir haben zum Glück eine sehr gute Ausrückgeordnung hier im Landkreis Esslingen. Es sind insgesamt 13 Feuerwehren aus dem ganzen Landkreis und auch von der Stadt Stuttgart von der Flughafenfeuerwehr alarmiert worden. Selbst die Werkfeuerwehr der Firma Bosch aus Feuerbach ist angerückt mit einer großen Drehleiter, mit der jetzt auch im Moment der Brand hier am Dachstuhl bekämpft wird. Und das genaue Ausmaß des Schadens ist im Moment noch nicht abschätzbar. Aber es geht sicherlich in Millionenhöhe und ich hoffe nur, dass auch der Stillstand des Brandes jetzt in Kürze erfolgen kann. Das ist natürlich eine absolute Katastrophe. Also zum einen liegt die Firma Bosch Thermotechnik ja mitten bei uns in der Stadt. Das heißt, heute am heutigen Tag wird sicherlich der gesamte Verkehr in der Innenstadt nicht möglich sein. Das wird für die gesamte Bevölkerung jetzt eine enorme Auswirkung haben. Wie das jetzt danach dann tatsächlich in Betrieb weitergeht, das kann ich im Moment überhaupt nicht abschätzen. Ich habe auch von der Werkleitung leider noch niemanden jetzt getroffen. Da ist sicherlich jemand schon da und natürlich auch der Workschutz der Firma. Aber das ist im Moment absolut noch nicht abschätzbar.